So, also das ist einmal das Meerschweinlgehege bei uns. Leider Gottes ist die Stützi, weil sie ein Pfund hier ist, noch immer allein, haben wir noch immer keine Passung gefunden, was man halt braucht. Also an einem Platz soll es nicht schätern, der wird ruhig. Ein Mädchen für uns. Und wenn es warm ist, jetzt ein wunderschönes Außengehege. Ja, also sie hat glaube ich Platz genug, aber leider Gottes. Oh nein, nein. Wenn wer ein armes Meerschweinlge hat, dann kann er sich ruhig melden. Und ich glaube, so ein schlechtes Zuhause kriegt es nicht.